Ich bin heute beim Landring Lagerhaus in Birkfeld. Im Rahmen der Grünlandtage bin ich da jetzt im Lagerhaus. Vor mir steht der Herr Anton Hofbauer, Standortleiter in Birkfeld. Herr Hofbauer, erste Frage, Grünlandtage beim Landring, was ist das und warum macht Sie das jetzt Anfang März? Ja, wir haben uns dazu entschlossen, weil damit der Bauer entscheiden kann, was er für Produkte, dass es am Markt gibt. Das hat uns dazu bewogen und war der Gedanke, machen wir das im Frühjahr, weil dann hat er Zeit, um das passende Produkt auszusuchen, weil lange Lieferzeiten sind, damit er in der Saison voll gerüstet ist. Was genau kann man sich jetzt da beim Grünlandtage im Landring Lagerhaus in Birkfeld anschauen? Wir haben die Produktpalette unserer Hauptmarken mit Schondier und Lindner und unter anderem auch die Grünlandgeräte Böttinger, Kuhn, die, wo es für uns in der Bergregion im Einsatz sind. Das Wetter ist ja heute besonders schön, erwarten Sie sich sehr viele Besucher heute und morgen noch? Ja, heute haben wir Glück, dass wir ein schönes Wetter haben und morgen am Sonntag erwarten wir uns sehr viele Besucher. Wenn das Wetter so schön ist, möchten Sie einen kleinen Ausflug und schauen bei uns am Standort vorbei. Alles klar, alles Gute Herr Hofbauer, danke fürs Interview. Danke auch.